Hallo, ich bin die Aurelia und ich werde euch heute zu meinem Beiltraining mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das war's mit meinem Beintraining. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und kommt gerne mal in die Halle 46 vorbei. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.